Musik Hallo Leute, heute mal aus einer anderen Perspektive, weil ich nämlich jetzt meine Abschiedsparty feiere, heute am 19. August. Und ich nehme euch gleich mal mit und zeige euch ein bisschen so die Vorbereitung und die Deko und alles, weil ich dachte, ich nutze die Gelegenheit, weil die Gäste sind nämlich noch nicht da und deswegen los geht's. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das waren jetzt ein paar Eindrücke von meiner Abschiedsparty. Ja, und jetzt zeige ich euch mal meine Geschenke, also was ich bekommen habe. Also erstmal habe ich so eine Tasse bekommen. Die ist richtig schön. Da steht drauf, es heißt Freundschaft, weil man mit Freunden alles schafft. Ja, das stimmt. Dann habe ich noch so eine Schokolade bekommen. Also eine süße Nervennahrung. Schokolade hilft immer, würde ich sagen. In dem Fall. Wenn ich mal Heimweh habe, esse ich einfach Schokolade. So, dann habe ich zwei so eine Karten bekommen. Auf der einen steht drauf. Lebe dein Leben, folge deinen Visionen, entdecke neues, schmiede Pläne. Und auf der Rückseite ist ein richtig schönes Bild gemalt. Süßes Flugzeug. Dann zweite Karte. Freunde sind wie Sterne, du kannst sie nicht immer sehen, aber sie sind immer da. Und auf der Seite ist dann Deutschland oder Amerika drauf gemalt. So mit dem Weg. Dann habe ich bekommen so einen Schlüsselanhänger. Da steht drauf, ich habe dich so lieb. Und da mache ich dann meinen neuen Schlüssel ran und so. Und meinen Spinnenschlüssel und alles. Dann in diesem Beutel ist eine schöne Handtasche drin. Die sieht so aus. Die ist eigentlich relativ klein und handlich. Und das ist gerade das Gute, weil dann passt sie in meinen Koffer. Und so eine Tasche kann man immer gebrauchen. Und dann habe ich so eine kleine Schatulle bekommen. Und hier ist so eine Kette drin. Und dann aber zum kleinen Hund. Sehr süß. Dann so ein richtig schöner Kasten. So eine Art Schatztruhe. Sieht man hier. Hier habe ich eine Karte drin. Einen Igel. Gummibärchen. Einen kleinen handlichen Kalender. Und eine schöne Duftkerze. Also sehr, sehr, sehr schön. Und dann habe ich Süßigkeiten bekommen. Noch mehr Süßigkeiten. Milka-Schokolade. Und dann so eine Pralinen. Sehr lecker. Und das weiß ich gar nicht. Das habe ich auch noch bekommen. Aber das war nebenan was. Ja, das war auch schon alles. Ja, also das war schon alles. Ja, also das waren sehr schöne Geschenke. Und nochmal danke an euch alle, dass ihr mir so schöne Sachen geschenkt habt. Und ja, ich werde natürlich die Süßigkeiten mitnehmen und dann irgendwo in meinem neuen Zimmer dann so hinstellen. Und dann immer essen, wenn ich irgendwie Heimweh nach Deutschland habe. Dann esse ich deutsche Schokolade. Milka. Und das wird mir dann, das wird mich dann immer an Deutschland erinnern. Ja. Dann, ähm, das nächste Video wird mein Kofferpack-Video. Ich weiß, dass ich in meinem letzten Video gesagt habe, dass das schon mein vorletztes Video war. Und das nächste Video das Koffer-Video wird. Aber ich habe mich dann doch entschieden, bei meiner Abschiedsparty zu filmen. Deswegen dachte ich mir dann, gut, dann noch das Abschiedsparty-Video. Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn ich schon meinen Koffer packe. Und Gott, es wird so aufregend. Und ich werde euch natürlich dann immer mit überall mit hinnehmen. So gut es geht. Und ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.